Musik In Wurzen wird das nächste Turnier sein, am 1. und 2. Juli 2023. Das findet statt im Rahmen der 125-Jahr-Feierlichkeiten des ATSV Frischau-Wurzen. Und ja, am 30. Juni sollen die Mannschaften anreisen, am 1. und 2. Juli wird gespielt und am 3. ist dann Abreise wieder von Alex Wurzen und ich hoffe für alle mit wunderbaren Erlebnissen und Ergebnissen. Musik 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 Musik